Was hältst du davon, mal einen halben Liter Blut durch die Nase zu schwenken? Untertitelung des ZDF, 2020 Was hältst du davon, mal einen halben Liter Blut durch die Nase zu schwenken? Mal dich lieber ab. Wir wirken nämlich gleich ungemütlich, Baby. Gut, wir sind schnell. Und wie. Hier wird's nämlich gleich ungemütlich, Baby. Was hältst du davon, mal einen halben Liter Blut durch die Nase zu schwenken?